ja hallo wir tauchen ein in die wundervolle welt der farben und zwar mit dem kompletten farbzeichen kurs zu beginn sehen wir uns die materialien an mit welchen wir arbeiten werden durch einfache einstiegsübungen lernen wir diese kennen und wie auf einfachste weise verschiedene effekte erzeugt werden können bevor wir mit dem zeichnen beginnen lernst du im kapitel der farblehre wie farben zustande kommen funktionieren und alles über deren wirkung so wirst du lernen ein motiv zu analysieren um die essentiellen farben zu wählen um sofort drauf loszeichnen zu können nach der theorie setzen wir das erlernte sofort anhand einfacher beispiel motive in die praxis um begonnen mit einfarbigen objekten widmen wir uns stück für stück immer komplexeren motiven um dich in kleinen schritten an sämtliche möglichkeiten des zeichnens heranzuführen du wirst lernen wie du jedes beliebige motiv auf einfache formen herunterbrechen kannst größenverhältnisse erkennst und letztendlich in die skizze umsetzt ich zeige dir wie du die wenigen aber passenden farben wählst um eine coole farb komposition zu erstellen und ein hammer ergebnis zu erzielen in kleinen übungen zeige ich dir wie du strukturen wie federn fell oder haare schnell und einfach zu papier bringst ja und natürlich gehen wir auch in die porträt zeichnung und sehen uns in kleinen vorstudien an wie menschliche motive zeichnerisch umgesetzt werden können am beispiel eines auges lernst du wie du unterschiedliche haut und augen farben in einem einmaligen bild festhalten kannst ein großes kapitel ist die landschaft zeichnung also pc aus und geh raus such dir ein schönes motiv und nutze das werkzeug des zeichnens um einfach mal abzuschalten ich zeige dir in einfachen übungen die techniken mit welchen du in der lage bist verschiedenste elemente wie bäume büsche und gräser zu zeichnen auch steine und felsen werden uns anschauen und sie letztendlich dann auch begrünen ja sämtliche neu erlernten techniken tipps und tricks setzen wir dann in einer schnellen landschafts zeichnung um egal ob himmel berge oder wälder du wirst in der lage sein das motiv deiner wahl zeichnerisch umsetzen zu können und nebenher auch noch mit diesem wundervollen hobby die natur genießen also worauf wartest du schreib dich ein ich freue mich auf deine teilnahme und wir sehen uns im kurs bis dann mal ab und Time Untertitelung des ZDF, 2020